Er verdient gut bei der Bundeswehr. Er hat sein Klappstuhl immer dabei. Ist das normal? Hallo! Hallo ist noch gar nicht da. Ne, hallo ist noch nicht da. Das ist wieder ein Kurzzeitkennzeichen. Ach, die Janine, die es nicht verstanden hat, dass das mein Auto ist und deswegen kein Frankfurt draufstellen. Ey, es reicht. Ja, meinst du? Nein. Dann gehst du noch mal kurz raus damit. Ja, ja. Warum? Nee, das reicht uns nicht. Das ist die Janine, die... Könntest du noch ein Stückchen weggeben? Klausi! Wir haben einen Klick von oben. WAH! Jetzt von hinten mit Lach. Man denkt, wie Lach von der Küche ist. So. Genau. Jetzt sehen wir hier. Stopp-Pilot-Spray. Ich weiß, das hat doch nicht genug Brandblasen oder Narbe. Selten gestorben zumindest. Stopp-Pilot-Spray.